Das ist Felix. Felix benötigt für den Transport seiner Waren hochwertige Paletten. Leider hat Felix beim letzten Tausch minderwertige Paletten erhalten. Er kann deshalb nur einen Teil seiner Ware ausliefern. Da sein Lagerraum begrenzt ist, muss er die Produktion anhalten. Seine Produktivität bricht rapide ein. Damit Felix die Ware ausliefern kann, muss er die Paletten zunächst aufwerten. Aufwand und Kosten steigen. Nun fehlt ihm Geld für wichtige Investitionen. Wieder sinkt seine Produktivität. Felix hat eine Idee. Er engagiert einen Palettendienstleister. Dieser stellt ihm stets die benötigte Menge Paletten bereit und holt diese dort ab, wo Felix' Ware hingeliefert wurde. Gute Idee. Aber die Bedingungen des Dienstleisters sind schwer durchschaubar und als Felix am Monatsende die Rechnung erhält, sind jeder Kilometer und jede Minute einzeln fakturiert. Die Rechnung ist für ihn undurchschaubar. Aus Zeitgründen gibt er sie ungeprüft frei. Felix ist verzweifelt. Plötzlich klingelt es an der Tür. Es ist Markus von IPP. Markus denkt wie ein Unternehmer und hat deshalb genau die richtigen Ideen, um Felix' Probleme zu lösen. Er übergibt Felix den berühmten IPP-Schlüssel. Damit kann Felix die Produktivität seines Unternehmens planbar erhöhen. Markus nimmt sich extra viel Zeit, um den IPP-Service perfekt auf Felix' Bedarf einzustellen. Dabei bedient er sich, leicht nachvollziehbar, nur an der Menge und der durchschnittlichen Mietdauer. Sofort steigt die Produktivität. Felix ist begeistert. Er hat jetzt alles unter Kontrolle und stets die passende Anzahl Paletten in der richtigen Qualität im Haus. Seine Produktivität ist deutlich größer geworden. Und noch besser. Im Hintergrund justieren Markus und seine Kollegen den individuellen IPP-Service immer wieder so, dass Felix' Unternehmen optimal versorgt wird. Dabei wird sogar Einsparpotenzial an Felix weitergegeben. Das ist für IPP selbstverständlich, denn IPP legt großen Wert auf Ehrlichkeit und Fairness. Auch von der transparenten Abrechnung ist Felix total begeistert. Die monatlichen Kosten bleiben konstant. Bei dauerhafter Änderung der Faktoren, Mietdauermenge und Qualität werden im Dialog mit Markus die notwendigen Veränderungen durchgeführt. Felix ist mit dem IPP-Pooling-Service überglücklich. Sein Business läuft reibungslos. Er ist erleichtert, in IPP endlich einen zuverlässigen Partner für das Palettenpooling gefunden zu haben. Und Markus steht ihm auch weiter als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.